Wir haben gute Leute in der Stadt. Da stecken Familien dahinter, Kinder. Das heißt, die Verantwortung, die dahinter steckt, ist natürlich sehr groß. Wir wissen, wohin wir gehören und was wir an uns haben. Denn unsere Stadt, das sind wir alle. Ganz verschieden. Aber alle Balingerinnen und Balinger. Balingen, das sind einfach wir. Das Besondere an der TSG Balingen. Stopp, es geht immer nur um die TSG.